Auf der Suche nach einem grünen und ruhigen Ort, der dennoch einen historischen und kulturellen Geist ausstrahlt, sind wir in Tršić in Serbien gelandet, einem von der UNESCO geschützten Dorf und dem Geburtsort einer Person, die für die Bewahrung der Kultur dieser Region und die Entwicklung der serbischen Sprache von großer Bedeutung ist. Das Haus von Vuk Stefanović Karčić. Eine große Fläche, geschmückt mit der einzigartigen Natur und historischen Erbe, ist geschützt, ruhig und immer noch nicht von Touristen überlaufen. Der Weg, der zum Haus führt, ist nach Schildern zu erkennen, die einige der Volksweisheiten zeigen, die Karčić im Laufe seines Lebens gesammelt und niedergeschrieben hat. Im Haus sind Gegenstände ausgestellt, die in der damaligen Zeit, als Vuk geboren wurde, das Leben der Menschen erleichtert haben. Vielleicht waren diese genauso ausgerichtet wie heute? Oder doch nicht? Gerade ein altes, hölzernes Babybett steht neben dem grossen Bett, das mit Decken bedeckt ist, als ob wir durch die Zeit gereist sind. Die Feuerstelle, ein niedriger Tisch und Stühle. Der zentrale Ort im Haus, wo die Familienmitglieder ihre Zeit oft gemeinsam verbracht haben. Einfach ein perfekter Ort, um sich mit der Natur zu verbinden und dabei auch noch etwas über das Leben einer der bedeutendsten Persönlichkeiten für die Kultur und Literatur dieser Region zu lernen. Willkommen in einem kleinen Dorf in der Nähe der Grenze zwischen Serbien und Bosnien und Herzegovien. Tršč! Untertitelung des ZDF für funk, 2017